Und wir gehen in die dritte Runde dieses Titelfights im Super Heavyweight. Monster High Record, der Mike Korn aus Little Arkansas. In den Mann aus Wolfsburg, in den Mann aus Wolfsburg, in den Mann aus Wolfsburg. Dirk Schenker auf der rechten Seite im blauen Schild. Dirk Schenker bleibt für 2 Punkte nach. Das möchte ich jetzt umreden. Seid da, wenn du die Hand hast. Schwarz und Schild, Dirk Schenker rechts im blauen Schild. Mike! Ging, Ging... Ging! Schwarz! Schwarz! Schwarz, Schwarz, Schwarz! 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 Kommt doch, jetzt bist du Waffe jetzt. Auf geht's der Getsch. Bleib nicht. Bring it up. Komm wieder hoch mit dem Körper, komm wieder hoch! Komm wieder hoch, Arbeiter und zieh noch mal! Komm jetzt richtig rein, rein! Ja, 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 bleib, bleib! Nach hinten, nach hinten, nach hinten! Engbleib, engbleib! Da ist er, ich gebe vor, komm wieder hoch, zu gehen ab, dass er das Haus. Elisabeth, Geil, weib! Als das weiß ich nicht mehr,